hallo willkommen zurück hier zu coastguard so wie sind die immer noch hier und ich muss da irgendwie hinkommen aber wie war damals da hinten vielleicht ein leiter nein da ist gar nichts wo was denn das komisch kommen wir auch nicht hin da vielleicht flachmann ein flachmann es befindet sich ein handabdruck darauf vielleicht kann larry in unsere fingerabdruck speichern damit wir ihn noch mal nützlich ist alles klar jetzt geht es aber los hier dort oben muss ich hin dort wenn ich jetzt von da oder mal also dort komme ich nicht hin da muss ich hier lang hier geht es auch nicht da muss ich da schon ein bisserl fitzel ab es ist also ich habe die blockie my way up to your control room hier ja das reit not everybody's allowed access to appear can you please come down and let me through off and somebody down to open the gate for you it might take a little while na toll und wann kommt derjenige hm gar nicht oder was jetzt gehen wir mal hier hoch schauen wir mal ob das was bringt schauen wir doch mal vielleicht ist jetzt offen vielleicht muss ich nur ganz kurz weg gehen mrs olsen i'm still down here by the gate hm i'm sorry we're fairly busy up here right now i'll send somebody down immediately if someone doesn't show up soon i'm going to have to make my own way in Alter! Was ist da los? Gibt's doch nicht! Okay, jetzt, ähm, ja. Soll ich jetzt hier nochmal rumfragen oder wie? Komm, ich frag nochmal. Hallo, Captain! Howdy ho! Moment. Nee. Keine gute Idee. Und du? Hey, buddy. Hast du irgendwas gefunden? Nichts noch. Aber dieses Öl-Rig ist ziemlich groß. Hm. Oh wei. Da hinten stand jemand, okay. Na gut, jetzt schauen wir nochmal, ob's hier jetzt offen ist. Gibt's doch nicht. Wenn nicht, dann wär ich wütend. Hm. Warte mal. Kann ich hier irgendwas tun? Nee. Gibt's doch nicht. Was für'n Scheiß. Das geht nochmal zu dem hin. Vielleicht kann er jetzt was sagen. Ich bin sehr froh. Ich bin 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 froh. Und was mein Vater. Aber es ist nicht für mich. All das Gefahr mit der Krime und all. Ich bin froh. 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 Nein, nein. Es ist nur mein Schiff ist vorbei. Unser Schiff dauern. Unser Schiff dauert ein paar Wochen. Dann sind wir ein paar Wochen auf. Und die beste Sache? Wir werden wieder zurück nach Land mit einem Helicopter. Alles frei für uns. Offshore pays für das ganze Mal. Wer kann das sagen? Das geht? Oh, das ist gut. Ich muss doch weiter an. Wenn du da einfach gutst, kannst du da. Hast du da? Ja, aber ich kann nicht mehr aufpassen. Ich kann uns das Stairwellen befassen. Es gibt ein Garten, die mich wegflogen. Niemand kommt nachher, um mich durch zu lassen. Das Personal hier scheint nicht zu kooperativ. Vielleicht sollten Sie versuchen, dass Sie durch die Kraft zu erhalten. Aber wie? Vielleicht können Sie ein notwendiges Werkzeug finden, die hier irgendwo befinden. Nee. Eher Werkzeug. Wie? Was für Ding... Was für Zeug denn? Oh Gott, ey. Ja, ja. Nee. Der hat nix. Vielleicht ist hier irgendwas... Ah! Excuse me, Monsieur. Please put that back down. We need that here. Ja, ich brauch's aber. Hallo. Excuse me, Monsieur. Please put... We need that here. Was denn? Ich brauch's aber. Salut, mein Kapitän. There's a gate blocking the stairwell. Oh, pardon. Only the higher ranking staff are allowed up. Well, I need to get up there. Then you have to find another way. Or try and open the gate. Is this your crowbar? Oui, Mompiet Bisch. Oui. What's a chemist doing with a crowbar? That's none of your business. Can I borrow this crowbar? Pardon, it is needed here. Moment. Give me the crowbar or I'm going to have to snitch on you. That you've been secretly smoking. Ha, Kapitän. You're quite the character. Well, find then. Take the crowbar. I don't need it anyway. Geht doch. I have to... Au revoir, mon Kapitän. So. Jetzt gib mir die scheiß Brechstange hier. Well, I hope you have fun with the Pierre Bisch. I don't need it anyway. So. Und jetzt geht's los. Wo war die Tür? Da hinten, ne? Genau. Jetzt versuchen wir gewaltsam reinzukommen. Was zu sehen. Nein. Haha, cool. Sehr gut. Ich hoffe aber erst mal, was unten ist. So viel Zeit muss sein. So, was ist hier alles? Aha, hier kann man auch noch ein bisschen rumlaufen Ist ja cool Okay Naja, wo die hier weg jetzt nicht hin Aber ist gut zu wissen Dann gehen wir jetzt mal ganz hoch in den Kontrollturm Schauen wir mal, was da ist Wow Was geht denn hier ab? Kann man da reingucken? Hallo Hier ist wieder einer Ah, das Dieb vom Schwarzen da I'm from the Coast Guard My name is Finn Wow From the Coast Guard? That's exciting You've probably seen a lot Oh yeah, you can say that again I You deal with real criminals on a daily basis And face death every day Well, it's not quite that spectacular Too bad I didn't know they had women working here too But of course I'm the radio operator We constantly have ships docking here to deliver replacement parts and anti-wear agents There's also the helicopter that's always taking off to fly people back to the mainland when their shift is up That all has to be coordinated Okay Okay Why do you keep playing around with your cell the whole time? I'm texting a friend We're supposed to meet up tonight Aren't cell phones prohibited here? Well, this isn't actually a real cell I got it from my friend so we can chat a bit And see when and where we want to meet up A friend Your boyfriend Well, you see Um No You see It's against regulation to enter into a relationship with a co-worker on the oil rig So in that respect No, just a friend Okay Wait a minute I know from a reliable source that you're in a relationship with somebody from the off-shoil staff What? Where did you hear that? Yes, it's true I've been having an affair with Liam, the crane operator, for the last few weeks I see Please don't tell anybody about it Otherwise they'll kick us both off the rig I'll think about it Well, we got it from my friends, so we can chat a bit Let's talk about something else Okay Okay I have to go I'm sure you do So So Dann ist hier noch einer So ein komischer Hallo Was haben sie zu so? Can I ask you a few questions? Yes Great Great Who are you and what are you doing there? Lucas van der Velden Welding Important Okay, um What is it that you're welding there? Welding What exactly? Yes Well then Have you seen anything suspicious around here lately? Yes Well, what would that be? Welding Okay, and what's so suspicious about that? Yes I don't think we're going to get very far like this Yes Yes, yes Schweizerbein Do you know that big guy with the muscles? Yes Oh, very good What can you tell me about him? Weird guy New here Doesn't say much So wie du Well, you're not really the most talkative guy either Yes Pfff I have to go Yes Yes Yes, yes, yes Schweizerbein And stay calm So Oh my Tür auf Oh, it's good Cool Cool So, was kann man hier machen? Hier wird die Bohrinsel kontrolliert Ich kann aus den Displays aber nichts ablesen Nur Fremdsprache und würres Zeug Mal sehen, was da draufsteht Hey, sorry, I didn't have times Oops I was really busy and looting Shaka-laka Ah ja, so gut Ähm Is hier irgendwas? Yes Hm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm Hey, here's nichts Okay Gut. Questions for you. Okay, how has the drilling been going? We're getting along okay, but the wear and tear on the equipment has been fairly high. We have to keep switching the drill head because the old one keeps overheating. Do you have any idea what could be causing that? My first guess would be that it has something to do with the drilling fluid. If it isn't mixed right, it won't have the adequate cooling properties. I've already spoken to the drilling fluid people. Everything seems to be fine. Okay. Where can I find the OIM? I'm sorry, Mr. Cromwell's hardly ever here during the day. He always assigns himself to the night shift. That means he had the night shift last night as well? Sure did. Where are his quarters? Sorry. Not allowed to pass that information to you. But I'm from the Coast Guard. Our rooms are private. You're not allowed to go anywhere near them. Okay. And where are we now? This here? This is a control room. Also lovingly referred to as the hub by the staff. All the different areas of the oil rig are controlled from here. Condition of the generators, hydraulics, and of course the drilling itself. And have you noticed anything suspicious? As far as the oil rig is concerned, everything's a-okay. You have to understand, we're always dealing with fairly harsh conditions here on the rig. It's not really comparable to the mainland, or to a ship for that matter. Okay. I'm going to have to go follow up on some leads. Thank you very much. You can usually find me here. Any news, Finn? The suspect claims to have an alibi. Supposedly he was making the rounds with the crane operator last night. I'll look into it and find and question the crane operator. Good luck, Finn. The crane operator. Where is he? The crane operator. Where is he? The crane operator is here, right? The crane is here, right? The crane is here, right? Well, he leads him here. Aha! There we have the victim. Hey, see! We're here keeping you busy. There's always something that needs to be done. I don't know you. Who are you? Finisterre from the Daniel Defoe. I'm sorry, that's not ringing any bells. Should I know you? I'm from the Coast Guard. Have you seen anything suspicious around here lately? No, nothing. Nothing at all. You have a pretty good overview on things as the crane operator, right? Yeah, I see everything. But nothing out of the ordinary happened recently. No, definitely not. Okay. What are you doing here? I'm Liam. Liam van der Velden. And I have the best job here on the oil rig. And that would be? I'm the crane operator. And why is that such a great job? Simple. Everybody here has to bust their hump with some of the toughest work you can imagine. And everything is dirty. And exhausting. I'm the only one who can sit in peace in my dry cabin. And I don't have to come in contact with poisonous substances, or gases, or any of that dirt and oil. And the best thing about it? I'm still the one moving the biggest crates and the heaviest containers. Sounds like a dream job. Really does. For sure. I'm glad you understand me. Yeah. Do you know that big guy with the shaved head? Sam? What about him? Do you know where he was last night? Around 2 AM? Of course. Yeah. I was helping him load some crates. In the middle of the night? Uh, yeah. Is that standard practice around here? Well, not really. But I... Um, it just happened last night that it needed to get done. Okay. Okay. You know him. Seems you're the only one around here. Well, I don't know him that well. But you've had dealings with him. Not that much, really. What do you think of him? Well, I hardly know him. But he seems to be a nice enough guy. He seems to be a nice guy. Um, yeah. Are you sure? Um, well, not really. Enough about him. I'm sure. Go ahead. Where were you last night around? 2 AM? Last night... I helped Sam move a couple of crates. In the middle of the night? Yeah. Um, I gotta work during the day, you see. Okay. Okay, good luck. Heh. Okay. Pufff. I don't know what's happening. Oh! There's one else. How come I get there? There's another one. I have to ask myself again. Then I'll have all of them, right? Down there's another one. Where do I get there? Ich muss wissen, wer dieses Handwritten-Message ist. Es könnte etwas mit diesem Alibi für letzte Nacht haben. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist doch sicher, oder? Warte mal. Uh! Was hat dieses Lied für dich bedeutet? Wo hast du das? Ich habe es gefunden, auf deiner Arbeitstation. Ja, es ist von Liam, von mir. Er macht das oft, wenn er möchte, dass er mir wissen möchte, dass er sich mit uns befindet. Und hast du immer uns am Abend gesehen? Ja, wir müssen es ein Geheimnis halten. Wenn jemand uns befindet, wir beide werden getrennt. Das ist deshalb immer wir uns mit uns in der Nähe. Und dann mit uns am Nacht. All the way up on the top platform. Es ist wirklich schön dort, especially am Nacht. Right underneath the stars, high above the ocean, und die horizon spread out as far as the eye can see. So romantic. Please don't tell anybody. Are you ready? Yeah, you haven't given me any reason to snitch on you two. Thank you. You're an angel. Das heißt, die zwei waren ganz oben. Ähm, das heißt, die könnten doch alle sehen, ne? So, jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem einen. Mal schauen, was er zu dem Brief sagt. Wo war denn der nochmal? Da hinten. Schauen wir mal. Da 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 da. So. Hier ist dein Briefchen. Hä? So geht's nicht. Hallo. You're quite cooperative, right? I'm more than happy to lend the authorities a help in hand. In their important tasks. I have to... You do. There's any way I can help them. Just let me know. Das war doch er, oder nicht? Hä? I need to find out who this is. It could have something to do with that alibi for last night. Das war er doch. Da bin ich jetzt ganz blöd. Was sagst du? Hey buddy, you found anything you found? Nothing yet. But this oil rig is pretty big. I'll keep... See you, Finn. Aber er war das. Wer denn sonst? Jetzt geh ich nochmal da rüber. Warte mal, hab ich nicht noch was gefunden? Nee. Nur ein Flachmann, ne? Nur den Flachmann. Hier ist noch einer. Oh, das sagt auch nichts mehr. Ja, ist ja gut. Ich geh ja schon. Bin schon weg. Hm. Wo war's der andere? Ach, das war der, ne? Hm. Oh jee. Pfff. 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 Wo geht's da hin? Achso, da hinten. Okay. Nein, da oben ist er doch. Achso, da komm ich nicht hin. Äh. Jetzt versteh ich's. Na toll. Hast du noch was zu sagen? Nö. Warte. Nee. Gut. Dann nicht. Sie vielleicht? Hi Fatima. Not re- I'm still completely blown away by the oil rig. Heh. I have to go. If you need me, I'll be over here by all the pipes and cables. Okay. Hm. Ist ja komisch. Und dort hinten komm ich nicht hin, ne? Hm. Da oben sind auch noch mal zwei. Wie komm ich denn da hin? Muss ich vielleicht bei den Containern irgendwie... ...laufen? Wart mal. Wenn ich jetzt da hinter lauf. Hier hin. Ist da irgendwo was? Nee. Oh, da oben steht er. Hallo. Hm. Ich komm da nicht hin. Ich komm da nicht hin. Ach komm, das ist doch blöd. Nee. Komm ich da gar nicht hin. Gibt's doch nicht. Der Aufzug geht auch nicht. Natürlich. Hier ist was. Hier ist was. Was ist denn das? Oh. Jacke. Ja, was mach ich denn grad? Ja, was mach ich denn grad? Das war unserer, ne? Genau. Huah. 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 Nee. Huah. Ne, Moment. Das war nicht das. Huah. Ne, Moment. Ich muss den Tempel den Leuten hier zeigen. Vielleicht weiß jemand was. Ach so. Also ich muss ihn doch jeden zeigen, oder wie? Okay, mach mal das doch. Ja, ja, bla bla bla, bla bla bla. Nee, wir sollten das nehmen. Nee, okay. Hat nix zu sagen. Und dann gehen wir nochmal nach oben. Vielleicht wissen ja die anderen was. Vielleicht die anderen damit konfrontieren. Also zieh habe ich schon gefragt, dann gehen wir jetzt mal zu ihm. Hast du was zu sagen? Aha! Does this mean anything to you? Yes. Is the note from you? Yes. Tch. I don't believe you. Your English doesn't really seem to be good enough to be writing these kinds of notes. Yes. You're not making this any easier for me. Are you sure that this is your note? Yes. Who was it for? Dunno. I have to work. Welding. Oh, für Gottes Willen. Who was it for? I have to work. Fragen wir ihn mal. Was sagt er? Gar nichts. Okay. Dann nicht. Dann weiter zum Kranführer. So, hast du was zu sagen? Ja. Oh mein Gott. Ja, was mach ich denn jetzt? Ja, ist der gut jetzt. Ähm. Ich müsste da hoch, Mann. Gibt's ja nicht. Kriegt er nicht hoch? Der Typ da nervt mich. Moment. Flachmann? Nein. Hm. Okay. 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 Then who's it? Brother Liam. Oh! Recognize writing. I see. So, this is your brother Liam's handwriting. Yes. The crane operator? Yes. Hm. Okay. Just one more time to be sure. It wasn't you, but your brother Liam, who wrote this note. Yes. Well then, I hope you're telling me the truth. Thanks a lot. Yes. Oh mein Gott. Ah, jetzt sagen wir hin. Kommt man auch nicht weit mit dem Typ. Tch. Aber was hab ich da schon gemacht, oder nicht? Gibt's doch nicht. Can you tell me if you've ever seen this? Ah, no, it's not from me. But this is your handwriting. What? Says who? Your brother Lucas. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Who was this note meant for? You know it already anyway. The note was for Saga, the radio operator. Didn't you say that you were stacking crates with Sam last night? Yeah, I was. Ah. But the message in the note wasn't talking about last night. Then what was it about? Well, it was from a few days ago. Last night I was with Sam and his crates. I'm going to have to take your word for it. Pff. I'll keep that to myself for now. Thanks a lot. Okay. Was jetzt? Welche Nacht? Oh Gott. Das muss ich nochmal fragen, oder was? Ha. Oh, das ist geil. Oh, das ist nix. Nein. Ähm, hier. Yes. Ich muss gehen. Yes. Ja, ist schonmal nix. Dann fragen wir sie. Hallo? Wie kann ich dir helfen? Nee, auch nicht. Okay. Gut, dann machen wir jetzt hier mal an dieser Stelle Schluss und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier von Coast Guard. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.